Keine High Heels, sondern Sportschuhe. Kein Feiern, sondern Sporteln. 24 Stunden machen diese Oberösterreicher durch. Aber eben ohne Party. Bis zu 100 Kilometer gehen oder laufen sie entlang der Donau rund um Linz. Bei der längsten Distanz sind die Sportler bis zu 24 Stunden unterwegs. Es ist natürlich schon enorm. 100 Kilometer fährt man mit dem Auto oder mit dem Radl. Da merkt man schon, dass das eine enorme Distanz ist. Und das zu Fuß zu machen mit Höhenmetern im Gelände, das ist schon wirklich eine große Herausforderung. Bei 100 Kilometer haben wir doch Ausfallsquoten von 40 bis 50 Prozent. Da kommen nicht alle ins Ziel. 100 Kilometer verlangen mentale Stärke und körperliche Fitness. Man muss immer dranbleiben. Also man muss immer entweder wandern oder laufen gehen. Man muss immer in Bewegung sein und das ist die beste Vorbereitung für so eine lange Distanz. Für die 100 Kilometer Wanderer und Läufer habe ich einen ganz besonderen Tipp. Also bitte nicht zu schnell angehen. Die ersten Höhenmeter einfach gemütlich machen. Vielleicht auch wirklich langsamer gehen und langsam sein gehen, um dann die Kraft zu haben für die flachen Kilometer nach Aschach und dann wieder zurück. Und wirklich dann auch gut und noch okay ins Ziel zu kommen. Start und Ziel? Die Linzerie in der Landeshauptstadt. Insgesamt gibt es sechs Strecken. Es geht los bei zwölf Kilometern. Es ist wirklich so eine Einsteigerdistanz. Da kann jeder mitmachen und es ist ein riesen Highlight bei der Böstlingberg. Dann gibt es 22 Kilometer, 35 Kilometer, 55, 75 und das ganze Extreme sind dann die 100 Kilometer. Die längeren Strecken sind schon eine gewisse Herausforderung. Die kürzeren Strecken sind glaube ich für alle geeignet, die gerne mitgehen möchten. Aber auf den längeren Distanzen, so auf 75 und 100, da braucht es schon eine gewisse Grundkondition. Der Donautrail findet am Samstag zum dritten Mal statt. Rund 1000 Teilnehmer sind heuer dabei. Bewegung schafft Gesundheit und ich glaube, das ist in Zeiten wie diesen, wo wir doch einige Zeit ja auch unfreiwillig eingesperrt wurden, wenn man das so nennen darf, wichtig sich wieder zu bewegen, an der Luft zu bewegen. Und hat auch gewissen Nebeneffekt, lerne deine Heimat kennen. Es kommen Linzer, aber ganz aus Oberösterreich, aus Gmunden, aus Bad Ischler, aus Steyr, kommen die Leute nach Linz, um da am Donautrail teilzunehmen. Speziell so Firmenteams, junge Menschen, die gerne draußen sind, sie gerne bewegen, gerne wandern gehen, bis hin zu älteren Personen. Einen Sieger gibt es am Ende keinen. Jeder soll sich die Zeit nehmen, die er braucht.